Nicht Big in Japan, sondern Phil in Japan ist das Motto der kommenden Tage rund um unsere VfB-Berichterstattung. Wir werden nämlich den VfB Stuttgart begleiten nach Japan. Große Marketingreise mit viel Primborium angekündigt. Mehrere Tage sind die Kicker in Weiß-Rot in Fernost unterwegs und wir werden dabei sein. Und wenn wir dabei sind, nehmen wir euch natürlich mit. Wir werden den VfB Tross auf Schritt und Tritt begleiten. Bei beiden Testspielen gegen Kyoto Sanga und Sanfretche Hiroshima vor Ort werden mit dem VfB repräsentative Marketingtermine wahrnehmen. Wir werden die Jungs zu einem Baseballspiel begleiten und natürlich haben auch wir einiges vor. Ihr lest natürlich bei uns die besten Geschichten rund um diesen Trip, ihr bekommt die besten Bilder rund um diesen Trip und ihr bekommt auf unserem YouTube-Kanal die besten Videos von diesem Trip. Täglich eins soll erscheinen. Dazu planen wir ein, vielleicht sogar zwei Livestreams von den öffentlichen Trainingseinheiten, die der VfB dort machen wird. Es ist aber auch ein Termin mit einer Fußballschule beispielsweise vor Ort angesetzt, wo die VfB-Profis mit kleinen Kickern ein bisschen gegen den Ball treten werden. Wir werden jede Menge los, das Programm ist pikepacke voll. Fakt ist, vom 25.07. bis zum 2. August. Das ist der VfB und damit auch wir sind wir unterwegs und werden euch mit allem versorgen, was ihr rund um diesen Trip braucht, gerne habt und vielleicht noch gar nicht wisst, dass ihr es braucht und gerne habt. Alles unter dem Motto Fill in Japan. Ihr findet unser Fill in Japan, das große Japan-Paket, natürlich auf stuttgarter Nachrichten und stuttgarter Zeitung.de. Ihr findet es in der MeinVfB-App, ihr findet es hier auf YouTube und natürlich gibt es eine Newsletter, täglich WhatsApp-Updates und einen Podcast statt aus Fernost. Insofern das komplette multimediale Berichterstattungspaket rund um den VfB Stuttgart, überall da, wo ihr uns sonst auch so verfolgt. Vielen Dank.